hallo und herzlich willkommen hier zu weiteren folge von karte e von türiks version 3.1 ja ich hatte bei der aufnahmeversuch ein rechner absturz gehabt und muss nur noch mal also im prinzip von vorne starten ich weiß den grund nicht kamen blauer bildschirm dann wohl kurz was speichert und ja fehler bericht aufgeschickt immer und dann klappt auch mal das jetzt stabil läuft wie gesagt ich hatte ja versucht die ganzen fahrzeuge zum hof einzuschicken und zwar die sehmaschinen und wollte dann ein futter zum hof 1 bringen das hatten wir weggetragen gut viel mist haben wir hier ähnlich aber das kann ja trotzdem weggefahren werden so die sehmaschinen da haben wir stehen geblieben das machen wir gleich weil die sollen ja die sollen ja richtung hoch 1 da habe ich eine halle gefunden da passen sie gut rein zumindest drei erst mal auf jeden fall und mit glück kam passen auch ein feder rein mal sehen hof 1 da können wir fahren lassen das sägewerk arbeitet nun und die paletten erst mal ein paar und dass man die nächsten tage mal ein paar paletten hinfahren können zum metzger und dass wir anfangen können das erste rindflöcher herzustellen und zwar ich habe ein paar bull die sind schon schlachtreif an fünf seien die sind soweit von gewicht her und die können dann da finden wochen schweine wollte noch kaufen da auch in der zucht zu beginnen so nehmen wir gleich den anderen fahrzeug hier den kontaktor hier noch gab es einen anhänger und hänger großen für futter entweder ich habe futter lager oder so war mal es war eins da muss ich noch vor dahin schicken ja die pose habe ich untergeladen bei global koppel da sind hat jemand was hochgeladen muss sehr passend sicherlich anpassbar und verbesserungswürdig hier und da aber im großen ganzen sind brauchbar ist aber in die ganzen fälle da muss man noch eh noch einfahren aber das kein problem kann man ja machen mal erst mal den fan vor den nehmen aber hier im großen ganzen die kurse sind gut kann man kann man nicht mehr gerne was gemacht werden muss ist wie gesagt mich muss sie anfügen und groß und mit dem miss kurs zu bg haben das wir auch anwenden aber das war ja kein problem der grundkurs immer vorhanden somit war das anwenden aber ich brauche ein bisschen futter vom stall und zwar nur ein bisschen weil er mit dem schwarzen der ist nicht ganz zu groß von der höhe her geht aber minimal die viel weniger rein ja und dann werde ich das pferdegras verwenden für bgh auto 1 das bietet sich an und ich werde hier einmal das silo verwenden für weiß also hier im prinzip rechts das und vorne das große silo und mittlere teile so ob das entsprechend hier ich kann nämlich auch noch nehmen ich hatte ja mit sputter vom globalen markt hierher gefahren muss ich eigentlich was da haben wenn nicht muss ich zum globalen markt fahren ja das die mit station die ich mal hier teilweise produziert hatte ja fast überall überliegen global markt konzip gelagert habe und das werde ich jetzt zum hohen jetzt 1 fahren und dort zum füttern und stelle steht lassen müsste eigentlich ausreichend sein das funktioniert hier das funktioniert auch nicht fragt warum aber der trekking seitdem dass hier der abdick gekommen ist funktioniert nicht mehr ja nicht mehr so richtig abdickern aber überwiegend nicht ich habe es ja auch schon verwendet müsste ich mir einfach aufstecken und dann ohne verwenden wäre eine option ich hoffe die kommen auch an gegenverkehr unser mistfahrer wie gesagt die bgh verdient ja so ein bisschen geld ich werde wahrscheinlich von hof 1 die gülle hierher fahren den lenkern nicht aktiviert ja das geht nicht fein genug kann sein ja treiberg hat heute auch einen neuen grafikkarte das könnte einen absturz verursacht haben das hatte ich ja vorher nicht gehabt und man sieht wie lange das läuft aktuell ist zeitmäßig er hat ja nicht gespeichert gehabt den absturz deswegen muss ich nochmal da lenken scheint nicht so genau zu sein ich konnte leider wieder auf 14 prozent den massen auf 4 dann muss man ein bisschen ja flexibler kann man sagen ein bisschen genauer denn wenn ich jetzt hier lenken will muss ich ein bisschen stärker nach das geht ja noch gar nicht ja aber schön dank fürs fleißige reitschalten und schauen und gucken das hilft ich will ja nicht nerven das ist auch keine pflicht das leiten hilft aber auch ich meine ich meine ich glaube das wird von youtube ich glaube das wird keiner verstehen aber das hängt damit irgendwie zusammen je öfter und je länger geschaut wird und je öfter auch mal geliked wird auch als kommentar ist da auch hilfreich also ihr dürft was sagen ne sagen wir mal so müsst aber nicht das ist wie gesagt so ein kanalwachstum ein bisschen vom vorteil am Anfang besonders viel Erfolg ist leider es ist nicht verrückt ich will ja ein bisschen wachsen man sagt so allgemein bis 100 Abonnenten ist es schwierig in Gang zu kommen und klar je mehr Abonnenten da sind je mehr auf geschaut wird umso ist Wachstum näher auch ein Selbstläufer ne mehr oder weniger Blocking wo blocken die gerade hier hier am Hof 1 normalerweise sind sie hier irgendwo hingefahren worden müsste sie hier irgendwo stehen ah ne da sind wir nicht das sind unsere Dresche da überlege ich schon äh ich hab ja hier rechts noch äh Hallen da könnten die rein ne die Neinträger können ja da vorne stehen bleiben da muss man hier ein bisschen das kommt mal runter rum das sind alles äh äh enge Gassen ne das machen wir halt die Großen sind auch nicht hilfreich groß gehen die und blocken gerade aber ich will ja auch nicht hier äh dann die fahren müssen ne aber ein bisschen rangieren ich komm ein bisschen rein ansonsten muss ich das nächste mal von vorne auf der anderen Seite probieren das hat das ein bisschen verzwickt das hat das ein bisschen verzwickt wo fällt der denn jetzt fest wo fällt der denn jetzt fest wo sind drinnen ja was ergeben ja gut was ergeben ist gute Frage hatte ich ja jetzt mit zur Folge gemacht und nun will er nicht haben als es äh gut hier ist voll habe hier geirrt mit Futter äh macht aber nichts hier haben wir da äh gut intakt ist ungünstig kann man den anschließen ne dann müsste ich mir gucken habe ich hier ein Lager für Futter äh wäre praktisch ne mit Futter beschweren kann man immer vor Ort äh 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 einlagern müsste ich mal gucken und dann muss man sicher lieber sein hier so äh oder ja ich glaube bis Futter war nun auf hof nummero ja klar 3 ja ausschalten und wir sind zurück den auch aber ausschalten ne die soll links rein ich mach den Kopf so ne oder so zeigt der Spiegel verkehrt ich wollte ausmachen er hat immer waschen sollen aber gut ich denke mal beim nächsten mal ne so wie wir auch ein Lager für Saatgut aber der Futter ist glaube ich kein Lager hier müsste ich mir mal Gedanken machen ne oder ich verwende hier Silageballen das kann man ja auch machen ne wenn man sich dann in den Mischfutterwagen reinwirft beim nächsten mal halt das muss ich aber noch auskorn ne also ich hab noch keine Silageballen die sind noch gerade dabei und gern ne das wäre eine Option da braucht man hier kein naja gut ist grunde egal ne also ob das im Futter so oder sowas ich will mir nicht ein bisschen mit dem Geld nicht rum scheißen das ist halt sowas kommt mir drauf an ne ist ja nur ein Spiel ja Schlachthof habe ich nun auch schon im Sitz wie gesagt die Silage hat sich gut verkauft musste ich mir mal gut rechnen weil letzt mal äh kam recht schnell die V3 und da wollte ich nicht äh 3-4 Folgen nur mit Dingsverkauf äh beschäftigen ne mit der Silage das wird auch zu eintönig gewesen das ist ja auch das ist ja auch schon das ist ja auch ja auch schon eine sehr kurze mit dem und dem ist gut das ist ja auch das ist ja auch konto ja danke holge der hat die umgebaut aber ich glaub mir trotzdem zu breit ich weiß ja auch nicht wie tief die gruppe klar ein schwerer boden ist zum beispiel kann es sein dass der traktor schwach wäre reellen vielleicht gibt es auch irgendwann mal auch hier im ls mehr realistlos was sie gerade entwickelt ist ja so ein dnlc für bodenanalyse wegen düngern und so das könnte auch sein dass da weiterentwicklung kommen wir haben noch nicht fertig ist noch weiterer planung überraschend bin sehr dafür und auch man da die option hat entsprechend auch bisschen mehr richtung realismus zu gehen das muss ja nicht jeder machen das ist ja schön dabei man kann es auch einfach machen wer das möchte hier gleich rechts anpacken zwei also hier war keine auch reif kann ja auch einparken jetzt genau gemacht wird das weiß ich nicht was geht meine seemaschinenpark ja nicht so offen muss ich mal sehen ob ich die traktoren irgendwie platz zuweisen könnte separat die röscher auf jeden fall die kommen auf jeden fall in den platz der hat in der halle da sind vier plätze frei ich habe aktuell drei wenn wir mehr felder haben müssen bald mit dem vierten nachdenken so einer rein so aber nicht aufmachen batterie alle theoretisch gut das licht aus so im schauer das soll sein auch schon heute gewesen sein jetzt aber vielen dank fürs reinschauen und noch mal tschüss wo geht es hier weiter hier in thüringen tschüss